Metzinger Sperda, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, geht vor 14 Jahren durch den Stadtpark, es war gerade dunkel, wie sie von einem fremden Mann angeschwitzt war. Zum Glück war die Polizei in der Nähe. Dann hat Metzinger Sperda gesagt, es wäre ganz fertig und aufgeregt, seit 20 Jahren gehe ich durch den Stadtpark, mich hat doch noch nie ein fremder Mann angeschwitzt. Die Polizei hat versucht, sich zu beruhigen, hat gesagt, es ist ja jetzt nichts passiert. Dann hat Sperda gesagt, ja, ihr macht mir Spaß, ich bin jetzt Anfang 70, so eine Chance kann, ich nehme ihn. Und dann hat die Polizei gesagt, ja, aber in letzter Zeit würde sich da so, wie sagt man dann, Sexualtäter rumtreiben. Und dann, na, Sperda, sagt, nee, nee, da steht nur einer.